Hä, was ist das denn? Deine Mutter hat sie auf und muss aufräumen! Ah, Mama, schön, dass du da bist! Freil mich so! Und so unangekündigt! Ja, eine Überraschung! So eine reingehende Tasse Kaffee trinken, ich bin durchgefroren. Ach, Mama, lass noch ein bisschen hier draußen stehen, okay? Hier draußen? Aber es ist ziemlich kalt, ne? Ach, nur kurz. Alles sauber! Mensch, komm und jetzt lass uns reingehen, mir wird kalt! Hallo Schwiegermama! Ja, schön, dass du mir die Tür aufmachst! Es tut mir so leid, ich hab's doch so mit dem Mahagel! Lass uns reingehen! Oh, hier sieht's aber schon aufgeräumt aus! Mama, bei uns sieht's immer so aus! Immer! Oh, dann hätte ich jetzt erst mal einen Kaffee, bitte! Einmal bitte Platz nehmen! Ja, danke! Marie, bring sie einen! Marie, bring sie einen, ja klar!